Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Cavalerie vor, anzunehmen bzw. direkt abzuschließen bei Trash auf der verbotenen Insel an dieser Position. Kann auch die Karte größer machen. So, hier bin ich. Vor Quest war die Heilschwingen und bei dieser Quest bekommt ihr Mounts. Normalerweise habt ihr vier zur Auswahl, aber wenn ihr schon eins gelernt habt, dann habt ihr nur noch die anderen drei zur Auswahl. Ich gehe davon aus, wenn ihr zwei oder drei gelernt habt, habt ihr nur noch zwei bzw. ein Mount zur Auswahl, bis ihr keine Mounts mehr zur Auswahl habt und nur noch geübtes Reiten bekommt. Jetzt fragt ihr euch, wie man auf dem Vitae Server bzw. Live Server mehr Mounts auswählen kann als Traktiv, wenn man doch bloß einen erstellen kann. Man wird vermutlich in Zukunft mehr mehr erstellen und dann kann man sich auch mehr Mounts auswählen und Mount Sammler werden vermutlich den Trachtiv nach dem Mount Quest löschen, also schätze ich nur, und ein neuer Trachtiv erstellen, damit sie auch die anderen Mounts erblenden können. Ist nur so ein Gedanke von mir, muss nicht sein. Auf jeden Fall, lange weder kurzer Sinn, Quest ist einfach zu beenden bei Trash. Mit Quest beenden. Man muss dafür nichts machen, außer die Vorquests, die herschwingen. Davor natürlich auch andere Vorquests. Ich hoffe, das Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so ein Abonnier-Knopf ein und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!